Vor gar nicht allzu langer Zeit gab es auf einem Server namens Magic Mine einen Let's Player namens Nevergist. Er spielte vergnügt mit den anderen Minern viele Staffeln lang zusammen, doch eines Tages verspannt er spurlos. Doch das Gerücht, dass er eines Tages zurückkehren könnte, um seine lang angekündigte Staffel 3 zu starten, hält immer noch an. Und was frage ich euch, würde sich besser als Staffelstart auf dem neuen Server Inside Mine eignen, als der 13.01.2015? Seid live dabei, wenn es wieder in eine neue Staffel ungebremsten Wahnsinns geht, wenn wieder richtig losgefehlt wird und euch gezeigt wird, wie man es nicht macht. Wir sehen uns morgen. Adios Jungs! Untertitelung des ZDF, 2020